Bundeswirtschaftsminister Habeck versucht unsere große Energiekrise mit LNG Terminals zu lösen und lügt uns dabei dreist ins Gesicht. Alle geplanten LNG Terminals in Deutschland werden nämlich niemals reichen. Ich habe das Ganze nämlich durchgerechnet und in diesem Video zeige ich dir alle Zahlen und alle Details von dieser Lüge. Los geht's! Endlich wurde unser erstes LNG Terminal eröffnet und die ganze Politikerriege waren da. Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Linder, also die Crème de la Crème unserer Politiker. Weitere LNG Terminals sind geplant und sollen jetzt sehr zügig folgen. Wir sind also endlich gerettet. Und der böse Russe mit seinem Pipeline Gas, der kann sich zum Teufel scheren, weil wir haben endlich eine nachhaltige Lösung für unsere Energiekrise. Aber Moment mal, ist das denn wirklich so? Ich habe mal ganz genau nachgerechnet und zeig dir jetzt mal, wie meine Einschätzung zu dem ganzen Thema ist. Wenn wir uns mal die LNG-Tanker anschauen, die es weltweit gibt, also auch diese Tanker, die denn dieses LNG, dieses flüssige Gas, wieder in Gasform umwandeln können, dann transportieren die maximal 265.000 Kubikmeter an LNG. Und das sind auch schon die größten der Tanker, die unterwegs sind. Die meisten Tanker transportieren eher so 130.000 bis 180.000 Kubikmeter. Wichtig dabei ist, dieses LNG, also Liquified Natural Gas, ist ja verflüssigtes Erdgas. Und produziert wird es, indem das Erdgas bei minus 161 Gras gekühlt wird. Und dadurch kann das Volumen um Faktor 600 verringert werden. Wenn wir also einen Frachter haben mit 265.000 Kubikmeter flüssigem Erdgas, dann kann man daraus 159 Millionen gasförmiges Erdgas machen. Das also mal in dem Hinterkopf behalten, weil das brauchen wir gleich für unsere Berechnung. Aktuell sind ungefähr 640 von diesen LNG-Tankern auf den Weltmeeren unterwegs. Und irgendwann laufen die natürlich in die Häfen bei den Terminals ein, wo sie das Ganze dann abladen. Und wenn wir eine sehr moderne Be- und Entlade-Terminal haben für LNG-Gas, dann werden dort bis zu 14.000 Kubikmeter pro Stunde entladen. Also das Be- und Entladen eines großen LNG-Tankers dauert gut und gerne mal 20 Stunden. Wohlgemerkt, wenn wir hier feste LNG-Terminals haben mit einem großen Volumen. Also nicht bei kleinen schwimmenden Terminals, wie es zum Beispiel die Esperanza ist, die jetzt bei uns in Wilhelmshaven liegen. Aber schauen wir doch mal an, ob die LNG-Tanker dieser Welt, also die jetzt überall rumschippern, ob die Deutschland versorgen können. Wenn wir uns nämlich mal das Gasvolumen aus Deutschland anschauen, dann können wir sagen, wir haben im Jahr ungefähr 100 Milliarden Kubikmeter an Gas verbraucht. Und davon lieferte Russland bisher 55 Milliarden Kubikmeter, also ungefähr 55 Prozent. Und das ist ja jetzt der Anteil, den wir nicht mehr bekommen über die Pipelines und den wir jetzt ersetzen müssen über das LNG. Wenn wir jetzt mal diese 55 Milliarden Kubikmeter nehmen und die in LNG umrechnen, also in verflüssigtes Gas, du erinnerst dich, der Faktor 600, wenn das kompliziert ist, würde das bedeuten, wir brauchen 91.666.666 Kubikmeter an LNG. Bei einem Tankervolumen von 265.000 Kubikmetern, ja, also bei dem größtmöglichen verfügbaren Tanker, bräuchten wir also 345 Tanker pro Jahr, also umgerechnet ungefähr ein Tanker pro Tag. Vorausgesetzt, dieses LNG-Terminell kann überhaupt so viel rüberpumpen von den Tankern ins Festland. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und außerdem sind diese 265.000 Kubikmetern ja wirklich nur die größten Tanker. Unser erstes schwimmendes LNG-Terminell, was wir jetzt in Wilhelmshaven haben, ja, die Esperanza, die hatte zum Beispiel nur ein Passungsvermögen von 170.000 Kubikmeter LNG. Und von diesen Tankern bräuchten wir dann schon 539 Tanker pro Jahr, also knapp 1,5 Tanker pro Tag. Und da kannst du sehen, hier würde ein LNG-Terminal auf gar keinen Fall reichen, wenn es allein mal um dieses Volumen geht. Aber diese ganzen LNG-Terminals, die sind natürlich auch nicht für eine Dauerbelastung ausgeliefert, ja, rein, raus, sofort, abladen, sondern die brauchen zwischendurch auch mal Pausen, die müssen gesäubert werden, die alten Schiffe müssen weg, neue Schiffe müssen hinkommen. Und deswegen kannst du nämlich sehen, was die Bundesregierung überhaupt vereinbart hat und was überhaupt möglich ist. Weil die deutsche Bundesregierung hat vertraglich eine Dauerleistung mit der Esperanza vereinbart in Höhe von 5 Milliarden Kubikmeter LNG pro Jahr. Also das, was die quasi von den Tankern nimmt und dann bei uns einspeist. Maximal hat die Esperanza eine Leistung von 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. So, und wenn wir jetzt mal anschauen, dieses Schiff kann also maximal 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr durchschleusen. Dann fragen wir mich als erstes mal, warum nehmen wir nicht diese 7,5? Warum hat die Bundesregierung nur 5 vereinbart, ja? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, die können 7,5 Milliarden Gas pro Jahr durchschleusen. Bei einem Faktor von 600, in dem das LNG ja komprimiert sind, wären das 34.246 Kubikmeter LNG pro Tag. Um also ein Schiff, ja, die Ladung von einem Schiff bei uns reinzuschleusen, was 170.000 Kubikmeter mitbringt, ja, also so groß wie die Esperanza ist, braucht dieses Terminal also 5 Tage. Wenn denn aber eins von diesen großen Schiffen ankommt, was sogar 265.000 Kubikmeter LNG hat, dafür bräuchte unser Terminal dann schon 8 Tage. Und einfach mal, um einen kleinen Vergleich zu haben, das größte LNG-Terminal auf der Welt steht in Südkorea und hat ein Volumen von 52,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Das sind umgerechnet ungefähr 26,1 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Also wir bräuchten zwei von diesen Terminals, von den größten Terminals, die es auf der Welt gibt, ja, um das russische Gas durch LNG überhaupt ersetzen zu können. Also die erste Erkenntnis, die wir jetzt hier sehen, dieses eine schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven, was jetzt gerade fertig geworden ist, das ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein und macht uns nicht mal ansatzweise, unabhängig davon, von dem russischen Pipeline Gas. Aber hey, wir brauchen einfach kräftig weitere LNG-Terminals. Mal schauen, ob die dann reichen würden. Aktuell haben wir in Europa 41 LNG-Terminals, also ganz Europa und 32 weitere LNG-Terminals sind in Planung. Wenn du auf die Webseite Global Energy Monitor gehst, da kannst du die Standorte aller LNG-Terminals sehen, inklusive ihrer Kapazitäten. Schauen wir da mal rein. Also hier auf dieser Karte siehst du jetzt alles, was irgendwie mit LNG zu tun hat und wir wollen natürlich nur die LNG-Terminals anschauen. Also klicken wir die anderen Sachen mal alle weg und jetzt sehen wir nur die LNG-Terminals und hier sehen wir die auch nach Status, also welche gerade im Einsatz sind, welche geplant sind, welche abgebrochen sind und welche quasi wieder verschrottet worden sind. Scrollen wir mal ein bisschen näher auf Deutschland ran und hier können wir jetzt in Deutschland unsere Terminals sehen. Als allererstes klicken wir mal hier oben hin. Hier haben wir also die drei Terminals. Wir haben Wilhelmshaven NWO FSRU Terminal und wenn wir dort auf die Details klicken, dann können wir sehen, das Ganze hat eine Kapazität von 6,62 Millionen Tonnen pro Jahr. Direkt daneben steht das TSS Wilhelmshaven LNG-Terminal mit 12 Millionen Tonnen pro Jahr. Fertigstellung 2025. Das andere war übrigens Fertigstellung 2023. Außerdem haben wir noch Wilhelmshaven FSRU. Das hat 5,51 Millionen Tonnen pro Jahr und das ist das Terminal, was jetzt schon fertig ist. Deswegen wird es auch hier orange angezeigt. So, dann schauen wir mal weiter. Hier das nächste. Hier haben wir jetzt das Brunnsbüttel LNG-Terminal, Fertigstellung 2026, also ganz weit hinten, mit einer Kapazität von 5,88 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wir haben direkt daneben noch Brunnsbüttel FSRU, Fertigstellung 2024 mit einem Volumen von 5,88 Millionen. Dann haben wir hier noch Stade FSRU 2023, aber hier steht noch nichts von Kapazität, also das ist nur ganz, ganz grob geplant und hier hat man noch keine Ahnung, was passiert. Und direkt daneben ist nochmal Stade LNG-Terminal 2026, 9,87 Millionen Tonnen pro Jahr. Und dann haben wir hier oben noch Lubmin FSRU, Fertigstellung 2021, interessant, also das soll anscheinend schon laufen. Wenn man da aber näher in die Details guckt, sieht man, dass es auch erst 2024 fertig wird und das Ganze hat 3,31 Millionen Tonnen pro Jahr. Außerdem sehen wir bei Rostock hier noch etwas blaues, Rostock LNG-Terminal, aber hier steht Cancelled, also das wurde anscheinend abgebrochen. So, jetzt siehst du also, was alles möglich ist und jetzt rechnen wir das Ganze nochmal zusammen. In folgender Tabelle habe ich jetzt mal alle Terminals zusammengefasst. Außerdem habe ich noch die Umrechnung von Tonnen in Kubikmeter eingeführt. Du kannst also sehen, das ehemalige russische Gas, was wir ersetzen müssen, das liegt bei 55 Milliarden Kubikmeter. Und darunter siehst du die einzelnen Terminals, was die an Kubikmeter pro Jahr bringen. Und am Ende siehst du, wir erreichen eine Summe von 24,343 Milliarden Kubikmeter mit unseren eigenen Terminals. Das sind also nur 44 Prozent des russischen Gases, was wir durch unsere eigenen LNG-Terminals ersetzen können. Und das auch nicht von heute auf morgen, weil die Dinge haben ja noch eine Bauzeit. Ende dieses Jahres 22 können wir nämlich gerade mal 5 Prozent des russischen Gases setzen mit unseren einem Terminal. Ende 23 können wir dann schon 11 Prozent ersetzen. Ende 24 können wir 19 Prozent ersetzen. Ende 25, 30 Prozent und erst im Jahr 26 können wir 44 Prozent des russischen Gases ersetzen. Wir sind also weiterhin abhängig auch von den LNG-Kapazitäten von anderen Ländern, also von Frankreich, von den Niederlanden, von Belgien und von Polen. Aber da diese Länder ja auch Gas aus der russischen Pipeline bekommen haben, teilweise durch uns durchgeschleust, teilweise aus dem Süden, brauchen die jetzt ja auch vermehrt ihre eigenen LNG-Kapazitäten, bei denen ja ebenfalls das russische Gas fehlt. Also fragt sich, haben wir in Europa überhaupt genug Kapazitäten, um das russische Gas abzudecken? Und Mitte 22 verfügte Europa über 41 operative LNG-Terminals mit einer Gesamtkapazität von 243,6 Milliarden Kubikmeter. Also das, was sie aufnehmen konnten. Im Jahr 21, also letztes Jahr, waren diese Terminals zu 35 Prozent ausgelastet. Also sie haben 85 Milliarden Kubikmeter reinbekommen. Im Jahr 2020 waren sie zu 40 Prozent ausgelastet und im Jahr 2019 zu 43 Prozent. Klar, 2020 und 2021 hatten wir ja die Corona-Krise, hatten Lieferengpässe. Unsere Fabriken konnten weniger produzieren. Deswegen haben wir insgesamt weniger Gas in Europa gebraucht und deswegen waren damals die LNG-Terminals auch weniger ausgelastet. Aber merken wir uns mal die Zahl von 2020. Wenn wir uns jetzt nämlich mal die Gasimporte anschauen in Europa laut der Zeitung Merkur, dann hatte ganz Europa Gasimporte via Pipeline von 447 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2020. Und davon fielen 37,5 Prozent auf Russland. Also 167,66 Milliarden Kubikmeter. Und jetzt vergleichen wir doch mal die Kapazitäten von 2020, weil das sind jetzt die beiden Zahlen, die mir vorliegen. Wir hatten also LNG-Terminals 2020, die ausgelastet waren zu 40 Prozent, also waren 60 Prozent noch frei. Und das entspricht 146 Milliarden Kubikmeter freie Kapazitäten. Wir müssen aber 167 Milliarden Kubikmeter russisches Gas ersetzen. Wir können also nur 87 Prozent des russischen Gases durch LNG-Terminals ersetzen. Also das, was wir an Kapazitäten haben. Mehr passt nicht rein. Und auch nur, wenn die voll ausgelastet sind, wenn da mal was kaputt geht, dann noch weniger. Es fehlen also mindestens 13 Prozent. Und das, obwohl 2020 das Corona-Jahr war, mit viel weniger Gasverbrauch. Also wo generell ja weniger reinkam durch die ganzen Lockdowns, durch die Produktionsengpässe und so weiter und so fort. Also selbst wenn jetzt langsam weitere LNG-Terminals gebaut werden, haben wir jetzt ja wieder einen höheren Gasverbrauch, weil Corona vorbei ist. Wir brauchen also höhere Kapazitäten. Das heißt also, wir hatten im Corona-Jahr mit gedrosselter Produktion und damit geringeren Gasverbrauch nicht genügend Platz an allen LNG-Terminals in Europa, um das komplette Pipeline-Gas aus Russland zu ersetzen. Jetzt in 2022 und in 2023 ist Corona vorbei und wir brauchen wieder mehr Gas. Also reichen diese Terminals auch jetzt nicht. Und so viele neue Terminals haben wir jetzt in diesen zwei Jahren Lockdown nicht gebaut. Also die LNG-Terminal-Kapazitäten in Deutschland, die reichen ja vorne und hinten nicht. Wir haben selbst bis 26 nur 44 Prozent. Und die Kapazitäten in Europa, die reichen auch nicht, um das ganze russische Gas zu ersetzen. Und übrigens bei diesen ganzen Berechnungen, die wir jetzt gemacht haben, da haben wir uns ja nur die Kapazität von den LNG-Terminals angeschaut. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, ob wir überhaupt genügend LNG bekommen. Und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, dass der Preis für das LNG-Gas fünfmal so teuer ist wie das aus der Pipeline. Also noch zwei weitere extreme kritische Punkte. Das heißt, mein Fazit ist, die Politiker, allen voran die deutschen Politiker, die lügen uns etwas vor, wenn sie über die Energiesicherheit via LNG-Gas und via LNG-Terminals reden. Und dazu muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Dafür muss man einfach nur einfache Mathematik können.